Eine Rezension des juristischen Gedankensalats. Der sichere Weg durch die Prüfung. Das hat sich Professor Timmer mit den kompakten BGB und HGB Crashkursen auf die Fahnen geschrieben. Vorbei ist die Zeit der Trolleys und Rollkoffer. Kompakt sind sie beide schon mal, egal ob in der Handtasche, gleich am Mann oder als Joker für unterwegs. Ihre Größe ist mehr als praktisch. Der BGB Crashkurs präsentiert auf 157 Seiten das wichtigste BGB Know-how. Vom allgemeinen Teil bis hin zum Schuldrecht verpackt mit kurzen, aber dafür knackigen Beispielen. Die kurzen Kapitel werden abgerundet durch prägnante Merksätze und einer Checkliste am jeweiligen Ende. So ist auch eine Form der Selbstkontrolle möglich. Der HGB Crashkurs kommt mit dem wichtigsten HGB Know-how auf 127 Seiten und bietet ebenso Checklisten, Merksätze und klare Beispiele. Besonderes Gimmick? Ein Kapitel beschäftigt sich mit dem gewerblichen Rechtsschutz. Beide Werke nutzen den gegebenen Raum voll aus. Sogar im Innenteil des Umschlags finden sich Tipps für die Prüfung. Verfasst wurden beide Platzwunder von Professor Timmer von der FH Aachen und Richter im Nebenamt am LGA. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Kurz und knackig, Fall für Fall, den Namen Crashkurs haben beide Werke durchaus verdient. Natürlich ersetzen sie kein Lehrbuch, aber sie eignen sich wirklich sehr gut zur Prüfungsvorbereitung. Mit 9,90 Euro für die gedruckten Werke und 6,99 Euro als E-Book lohnt sich der Kauf allem an.